Hallo und herzlich willkommen zurück zu OPPALA. Da war ein Hund. We happy few und den Beagle. Mein Hund hat meine Aufnahme gecrasht, aber ich dachte, sie will hier liegen bleiben, aber das war ihr nicht gut genug. Wir haben immer so eine goldene Regel auf unserer Couch, auf meiner Couch. Ich kann sie mit meiner Mutter anders handhaben, auf deren Couch. Aber ich sag immer, meine Couch, meine Seite, deine Seite. Sie hat eine Seite, ich hab eine Seite, wenn sie denn hier ist. Ich hab übrigens hier eine Luke gefunden. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Wasser. Grabungsstelle. Ich könnte überlegen, ob ich nochmal zurückgehe nach Dings der Bühmster. St. George und zu dem Typ gehe, wo wir shoppen und gucken, ob der eine Schaufel hat. Das wäre in der Überlegung. Ich hab das Ding hier geupgradet und so einen Unterschied habe ich jetzt nicht festgestellt. Sei es drum. Ähm... Ich hab auch geschlafen, damit wir wieder Tag haben. Ich hatte auf dem Nachts jetzt keinen Bock. Zumal die Gegner einfach keine Schaufel dabei haben. Ich brauch Schaufel. Ich brauch Schaufel, 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 Schaufel! Wieso hab ich bei ihm einfach 20.000 Schaufeln gehabt und sie, da suche ich Arthur, Sally und Olli, schreiben vieles in ihr Journal. Manches wäre vielleicht gut zu wissen. Es gibt ein Journal. Also ein Journal abseits von den Sachen, die ich finde. Das guck ich gleich mal nach. Nicht, dass da wertvolle Backstory steht, damit man das alles ein bisschen besser versteht. Olli, wer ist Olli? Ich nehme an, Olli ist der Dritte, den wir spielen. Ich hatte auch jetzt neue Screen-Bilder, also neue Thumbnail-Bilder gefunden. Ich gehe davon aus, dass ich tatsächlich einmal... Gesamte Spielzeit, 3 Stunden, 39... 29, das ist bei ihr. Kills, 37, gesamte Kaltstellung, gesamte Angriffsgegen, meistverwendete Waffe, Hackmesser, gesamte Sammlung, Münzen, gesamte eingenommene Freudenpille, gesamte Absturz durch Freude, gesamte Anstückung mit Seuche, Heilung... Okay, das ist aber nur, nur ihr. Nur, nur ihrs, nur ihrs, in der Tat. Ich gehe jetzt bei ihm shoppen. Ich muss genau gucken, wo er ist. Und hoffe, dass ich da... Ansonsten versuche ich einzubrechen in das Haus, in der Hoffnung, dass da dann was ist. Da sind mehrere Shopping-Möglichkeiten. Ah, du bist so verwirrt. Leute, du bist so verwirrt. Schauen wir doch mal. Nicht so wirklich was, ne? Hab ich was zum Verkaufen? Ne, ich hab eigentlich alles in mein Kästchen getan. Zehn Feldflaschen, ja gut, ein paar Feldflaschen. Die darf ich verkaufen. Die hier, ne? Ich weiß nicht, wozu ich die brauch. Nachtklee brauche ich in der Tat. Das habe ich mittlerweile erkannt. Die brauche ich auch nicht. Ja, na gut. Das ist ein bisschen aus der Fashion. Hab bitte aus der Fashion. Ach, bei der kann ich oben Klamotten kaufen. Was kann ich denn oben für Klamotten kaufen? Oder muss ich dann klopfen und die kommt erst. Ah, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ne, ne. So wichtig sind Klamotten jetzt auch nicht. Ich habe keine guten Klamotten, dann fällt mir gerade auf. Schiech. Oh, bevor jemand aufmerksam wird, dass ich keine anständigen Klamotten... Kann ich bei der eigentlich Schuhe kaufen? Ich sollte ein paar Schuhe auf Vorrat haben. Hm. So I pop in to see what's new. Verstärkter Polsteranzug. Village. Schicker Polsteranzug. Wie viel kostet das? Okay. Das ist wundervoll, dass Pranker's Name ist. Okay. Armeestiefel. Super, um darin herumzurennen. Jetzt bin ich arm, ne? Jetzt bin ich arm. Ob ich denn hier K.O. Saft? Ne. Hm. Was ich verkaufen kann, habe ich nicht mit dabei. Das ist jetzt schlecht. Wenn ich nämlich eine Schaufel kaufen möchte, dann... ...stehe ich da. Die ist auch nicht viel wert, wenn ich ehrlich bin. Das nicht. Hm. Die haben mich auch noch nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Die ge... Ja, die geben halt viel Kohle, deswegen... ...mach Berserker voll weg. Puppets kann ich noch wegmachen. Obwohl die nicht so viel geben, aber ein bisschen geben, die ja. Hier, die kann ich noch ein bisschen wegmachen. Jetzt wird's schwierig, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wird's schwierig. Der gibt zehn, ne? Hm. Hm. Ne. Viel soon, I'm sure. Na gut. Ähm. So viel wollte ich gar nicht bei dir einkaufen, aber... Ich gucke schon, kannst du länger laufen. Schichtbarkeit. Schichtbarkeit. Schicker Polster. Ich hoffe, die Leute werden nicht misstrauisch, wenn ich das anhabe. Aber das werde ich ja gleich sehen. So, wo ist der andere zum Shoppen? War der hier? Der war hier, ja. Hi, ich brauche eventuell eine Schaufel. Der hat auch keine Sch... Hm, jetzt stehe ich hier in meinem Hemdchen und weiß nicht, wo ich eine Schaufel herkriegen soll, Leute. Der Cutty Shop, das ist aber nicht das, was ich brauche. Die Apotheke ist auch nicht, was ich brauche. Nein. Oder weiß ich nicht, ob ich da hinkomme. Hm. Hier ist auch nichts. Es kann doch nicht sein, dass es für mich unmöglich ist, an eine Schaufel zu kommen. Gibt es hier Häuser in der Nähe, wo ich einbrechen kann? Ich sitze nur so eine Frage. Was war davon? Ähm. Probieren wir doch mal aus, Leute. Das haben wir schon zu verlieren. Ich möchte immerhin eine Schaufel haben. Ich bin jetzt dick gepolstert, Leute. Ich bin dick gepolstert. Mir kann nichts passieren. Denke ich. Hoffe ich. Okay. Wo ist das Haus, das ich ausnehmen möchte? Ja. Es ist das gleiche Haus, wo ich schon mal versuche, drauf reinzukommen. Oh. Very good question. Aber ich kann jetzt tricksen. Und zwar... Gib mir mal... Unerlaubt ist... Wegsbetreten. Wie der Beweifahrt. Wie der Beweifahrt. Ja, das stimmt. Nichts. ... Kuchen. StoffMatzen. Nicht zum Schrank. Sankt Peda. Und Benzin. Seltsames Fleisch. Tassen. Ich könnte die Security hacken. Kohle und Federn. Wie kommen Federn da rein? Ein Bleirohr? Ein Bleirohr ist nicht, was ich brauche. Zerfetzter Regenmantel. Bobby-Nadel. Es kann doch nicht sein, dass ich nirgendwo hier eine Schaukülle finde. Wer hat mich gefunden? Ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr, wo ich eine Schaufel finden könnte? In diesem komischen Club da. Mist. Wie gut gesichert ist deren Haus denn bitte? Wie Nails. Das wollte ich gar nicht. Ist da vielleicht eine Schaufel drin? Please. Niemand. Klebeband. Klebeband. Ja, Klebeband. Und die Birne. Wartet Elektroschloss. Schocker. Kann ich den herstellen? Nee, kann ich nicht herstellen. Schlafgut zur Staube. Ein Zerstreiber. Ne, jetzt nutzt mir zwar nichts, aber... Ah, na gut, dann ist das wohl so. Da war ich drin. Ich sollte drinbleiben, ne? Oh, du hast ne Schaufel. Gib mir deine Schaufel. Gib mir deine Schaufel. Nein, wo ist die Schaufel? Er hatte ne Schaufel. Er hatte halt ne Schaufel. Und dann hatte er keine Schaufel mehr. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich keine Schaufel finde. Dann geht es zu diesem Haus. Von mir aus. Ist mir doch scheißegal. Oh, ich bin schnell. Ist mir alles scheißegal. Ich will ne Schaufel haben. Ich dürfte auch genug Bobby-Nails haben. Zucker. Mechanische Teile. Leerer Schrank. Leerer Schrank. Täterse. Täterse. Fallendetektor. So. Ah, was? Oh. Bohnen. Stern. Okay. Nehmen wir aus. Blasche. Egal. Ist mir alles scheißegal. Ich brauch halt ne Schaufel. Ne Klo? Hold up. Klo? Hi. Na? Ja, das ist wahr. Hast du ne Schaufel dabei? Nein. Sehr todig dabei. Aber keine Schaufel. Yay. Pillenfläschchen. Ich nehm das jetzt alles einfach mal mit. Erstmal. Ganz noch wegpacken. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ist leer. Wow. Ähm, wo? Ach komm, ne. Schon wieder. Noch sieben Stück. Also alles gut. Ich weiß, das gehört jetzt hier nicht so zur Quest und alles. Aber... Wie gesagt, ich brauch halt... Samtags nochmal. Oh, wie ne Scheiß Schaufel, ey. Scotch. Scotch. Ich hab ne Grabungsstelle gefunden, aber keine Schaufel gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hab' ich nicht. Ein feines Tuch. Ist so ne Schaufel dabei? Nein. Da bist du alle am Arsch gehören, oder? Oh Gott. Oh. Wo ist der andere denn? Wow, was ist das denn jetzt gewesen? Ich hab' keine Ausdauer mehr, ey. Jetzt sind noch mehr aufmerksam geworden, ne? Oh Gott. Oh, zu. Ähm. Ich geh' gleich einfach hintenrum raus. Okay. Jetzt ruhig die hier einmal durch. Wir gehen hintenrum raus, wenn sie nichts mehr mitkriegen. Hast du ne Schaufel dabei, Kumpel? Keine Schaufel? Wie krieg' ich denn mit ihr ne Schaufel? Das ist doch... Okay. Hm. Das ist alles so weird, Leute. Das ist alles so weird. Ich krieg' einfach keine Schaufel, Leute. Hier ist noch ein Haus. Wo muss ich denn da lang? Wo muss ich denn da lang? Nicht hier lang. Na ihr? Ich bräuchte ne Schaufel. Wisst ihr, wo ich eine herkriege? Es ist sehr dringend mit der Schaufel. Also wirklich richtig dringend. Wenn nicht, Leute, suche ich halt bis zum nächsten Mal Schaufeln. Und dann schauen wir mal weiter. Schaufeln ist gut. Eine Schaufel wird mir ja schon reichen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die mit ihm hergekriegt hab', wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Ein Heilbalsam. Okay, das geht. Oh, da bräuch' ich ja schon wieder neue. Egal. Wir haben diesmal ein bisschen Raubzug gemacht mit ihr. Das war das Erfolgreichste, was ich je mit ihr gemacht hab', irgendwie gefühlt. Und da war ich eindeutig schon. Hoppala. Wir könnten auch noch zu diesem lustigen Club gehen. Der könnte Schaufeln haben. Ich glaube, bin ich denn hier jetzt gelandet. Ist auf jeden Fall im Haus. Constable. Wie geht's Ihnen, Constable? Na, alles fein mit Ihnen, Constable. Was? Oh, hi. Jetzt ist der auch sehr schnell. Scheiße, ey. Wo kommen die denn alle her? Oh Gott, noch mehr. Oh Gott, die wilden Weiber hier. Die wilden, oh Gott, wie soll ich denn leben in diesem Haus? Die wilden Weiber hier. Aua. Aua. Au. Ha. Ist das, was ich jetzt mal ausprobiere? Wo ist das? Äh. Der Molly, wo ist der? Nee, 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 nee. Nutze ich den? Aber warte mal, ich weiß wie. Ach, scheiße. Ja, dann fangen wir erst so. Okay. Und dann... Das darf man noch nicht. Was ist mit dir? Gibst du auch noch rum? Oh Gott, ich brenne. Aua, aua, aua. Ich brenne. Ich bin da selbst reingerannt. Oh Gott. Nein, alles gut. Bitte nicht brennen. Okay. Smooth gelöst. Bitte sagt mir, dass eine von euch eine Schaufel dabei hat. Irgendeine von euch hat doch mit einer Schaufel gek... Ah, ich hab eine Schaufel! Ich glaub, ich war noch nie so glücklich, eine Schaufel zu bekommen. Na, Imogen? Ein Bleirohr hatte Imogen dabei. Ich hab eine Schaufel. Kann ich die Tür schließen? Ja. Sperren wir sie so lange auch mal zu. Dass noch mehr Leute kommen. Wir schauen uns jetzt natürlich noch in diesem Haus um. Ähm. Die waren very wild, muss ich mal sagen. Oh, okay. Ich bin zu voll. Mit. Das ist jetzt am Fleisch. Den Scotch will ich nicht wegschmeißen, weil den kann man gut verkaufen. Für gut Geld. Ich hab sogar zwei Schaufel. Oh. High life, Leute. High life. Ähm. Wollen wir ziehen? Tut mir leid, aber ich brauche es nicht im Moment. Na gut. Dann lass uns jetzt was machen. Das nimm ich auch nicht mit. Die ist also was, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Nähzeug bei ihr, das ist ein bisschen Sinn, Rainer. Das ist ein seltsam gebautes Haus. Ein Glühblatt. Wederfett, das ist ein Kutzschließerer bei dem Blüch. Mechandkutschließer. Antizinisches Balsam. Schraube. Brauche ich nicht. Die ist leer. Bad. Teilteile im Bad, ja. Antizinisches Verband ist jetzt nicht so verkehrt. Ich hab Gleichmittel gefunden. Ich hab Gleichmittel gefunden. Ich kann mir Dinge herstellen. Ja, stell mal Heilbalsam her. K.O.-Spritze. Berserker-Stachel. Na komm, Horen. Bin ich jetzt immer noch zu voll? Nicht komplett, aber schon ein bisschen, ne? Ich glaub, doch, es geht noch höher. Es geht noch höher. Das war die erfolgreichste Tour meines Lebens hier drin. Ich hab eine Schaufel gefunden. Das heißt, wir können all die wunderbaren Dinge... Dieser Medizinschrank ist leer. Was hatte ich für ein Gerücht? Mülleimer, verfolter... Ich kitt. Ich kitt. Ich kitt. Das ist mein Traum. Leerer Zerstreuung. Verholter Pils. Ob Bobby Nails, aber auf jeden Fall. Ne. Wie geht das? Was ist denn? Wie geht das? Oh, ähm. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Schreibtisch durchsuchen. Anscheinend ist dieser Schreibtisch nicht so wichtig. Ähm. Na gut, dann hab ich hier wohl alles. Wir gehen natürlich auch wieder artig hinten rum raus. Ich hab zwei ganze Schaufel, Leute. Oh Gott. Na, ihr wieso? Gut. Ja? Fein. Gut, ihr Lieben. Ich mach hier einen Cut rein. Wir gehen nächstes Mal auf Grabungstour. Hier ist schon die erste Grabungsstätte. Das holen wir uns natürlich. Woher mach ich nochmal ein Halt beim Papp an der Ecke? Ah, nein, 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 nein. Fünf Gramms. Da mach ich nochmal kurz Halt zum Verkaufen von Sachen. Und dann gehen wir nächstes Mal zu der Grabungsstätte. Ich hab gleich das Gefühl, da könnte ich besonderen Stuff kriegen. Vielleicht wünsche ich mir das auch nur. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich könnte auch mal kurz da unten reingehen. Gut, ihr Lieben. Hab einen schönen Tag und dort rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.